Das gelbe Zeichen Von Robert W. Chambers Lass die rote Morgendämmerung ahnen, was wir tun werden, wenn dieses blaue Sternenlicht stirbt und alles vorbei ist. 1. Hier gibt es so viele Dinge, die sich nicht erklären lassen. Warum lassen mich bestimmte Akkorde in der Musik an die braunen und goldenen Farbtöne des Herbstlaubs denken? Warum lässt die Messe von Saint-Cécile meine Gedanken durch Höhlen wandern, deren Wände mit zerklüfteten Massen von Neusilber glänzen? Was war es, das im Getöse und Getümmel des Broadways um 6 Uhr das Bild eines stillen, bretonischen Waldes vor meinen Augen aufblitzen ließ, in dem das Sonnenlicht durch das Frühlingslaub filterte, und Sylvia sich halb neugierig, halb zärtlich über eine kleine grüne Eidechse beugte und murmelte? Wenn ich mir vorstelle, dass auch dies ein kleines Mündel Gottes ist. Als ich den Wächter zum ersten Mal sah, stand er mit dem Rücken zu mir. Ich sah ihn gleichgültig an, bis er in die Kirche ging. Ich schenkte ihm nicht mehr Aufmerksamkeit als jedem anderen Mann, der an diesem Morgen über den Washington Square schlenderte, und als ich mein Fenster schloss und in mein Atelier zurückkehrte, hatte ich ihn vergessen. Am späten Nachmittag, es war ein warmer Tag, öffnete ich das Fenster wieder und lehnte mich hinaus, um Luft zu schnuppern. Ein Mann stand im Innenhof der Kirche und ich bemerkte ihn wieder mit ebenso wenig Interesse wie am Morgen. Ich schaute über den Platz, wo der Springbrunnen spielte, und dann, mit vagen Eindrücken von Bäumen, asphaltierten Straßen und den sich bewegenden Gruppen von Kindermädchen und Urlaubern im Kopf, machte ich mich auf den Weg zurück zu meiner Staffelei. Als ich mich umdrehte, fiel mein lustloser Blick auf den Mann unten auf dem Friedhof. Sein Gesicht war mir jetzt zugewandt und mit einer völlig unwillkürlichen Bewegung beugte ich mich vor, um es zu sehen. Im selben Moment hob er den Kopf und sah mich an. Sofort dachte ich an einen Sargwurm. Was auch immer es war, dass mich an dem Mann abstieß, ich wußte es nicht, aber der Eindruck eines plumpen, weißen Grabeswurms war so intensiv und ekelerregend, dass ich es in meinem Gesichtsausdruck gezeigt haben muß, denn er wandte sein geschwollenes Gesicht mit einer Bewegung ab, die mich an eine gestörte Made in einer Kastanie denken ließ. Ich kehrte zu meiner Staffelei zurück und forderte das Modell auf, seine Pose wieder einzunehmen. Nachdem ich eine Weile gearbeitet hatte, war ich überzeugt, daß ich meine Arbeit so schnell wie möglich verderben würde, und ich nahm einen Spachtel zur Hand und kratzte die Farbe wieder heraus. Die Hauttöne waren fahl und ungesund, und ich verstand nicht, wie ich eine so kränkliche Farbe in eine Studie malen konnte, die zuvor in gesunden Tönen erstrahlt war. Ich sah Tessie an. Sie hatte sich nicht verändert, und die klare Röt der Gesundheit färbte ihren Hals und ihre Wangen, als ich die Stirn runzelte. Ist es etwas, daß ich getan habe? fragte sie. Nein, ich habe diesen Arm versaut, und ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, wie ich dazu gekommen bin, so einen Schlamm auf die Leinwand zu malen, antwortete ich. Stehe ich nicht gut da? beharrte sie. Natürlich, perfekt. Dann ist es nicht meine Schuld. Nein, es ist meine eigene. Es tut mir sehr leid, sagte sie. Ich sagte ihr, sie könne sich ausruhen, während ich den Fleck auf meiner Leinwand mit Lappen und Terpentin behandelte, und sie ging weg, um eine Zigarette zu rauchen und sich die Illustrationen im Courier-Francais anzusehen. Ich wußte nicht, ob es etwas im Terpentin oder ein Fehler in der Leinwand war, aber je mehr ich schrubbte, desto mehr schien sich der Wundbrand auszubreiten. Ich arbeitete wie ein Biber, um ihn zu entfernen, und dennoch schien die Krankheit von Glied zu Glied der Studie vor mir zu kriechen. Erschrocken bemühte ich mich, ihr Einhalt zu gebieten, aber nun veränderte sich die Farbe auf der Brust, und die ganze Figur schien die Infektion aufzusaugen, wie ein Schwamm das Wasser aufsaugt. Energisch hantierte ich mit Spachtel und Terpentin und dachte die ganze Zeit an eine Seance mit Duval, der mir die Leinwand verkauft hatte, aber bald bemerkte ich, daß nicht die Leinwand defekt war, sondern die Farben von Edward. Es muß das Terpentin sein, dachte ich wütend, oder meine Augen sind durch das Nachmittagslicht so verschwommen und verwirrt, daß ich nicht mehr klar sehen kann. Ich rief Tessie, das Modell. Sie kam und beugte sich über meinen Stuhl und blies Rauchringe in die Luft. Was hast du damit gemacht? rief sie laut aus. Nichts, knurrte ich. Es muß dieses Terpentin sein. Was für eine schreckliche Farbe es jetzt hat, fuhr sie fort. Meinst du, mein Fleisch sieht aus wie grüner Käse? Nein, das tue ich nicht, sagte ich wütend. Hast du mich schon einmal so malen sehen? Nein, nicht wirklich. Na dann! Das muß das Terpentin sein, oder so etwas, gab sie zu. Sie schlüpfte in ein japanisches Gewand und ging zum Fenster. Ich kratzte und rieb, bis ich müde war, und nahm schließlich meine Pinsel in die Hand und schleuderte sie mit einem gewaltsamen Ausdruck, dessen Ton allein Tessys Ohren erreichte, durch die Leinwand. Trotzdem begann sie sofort, Das was? Fluchen und sich dumm anstellen und die Pinsel ruinieren. Du hast drei Wochen an dieser Studie gearbeitet, und nun sie. Wozu soll das gut sein, die Leinwand zu zerreißen? Was für Kreaturen sind Künstler? Ich schämte mich so sehr, wie ich es normalerweise nach einem solchen Ausbruch tat und drehte die zerstörte Leinwand an die Wand. Tessy half mir, meine Pinsel zu reinigen und tanzte dann weg, um sich anzuziehen. Von der Leinwand aus beglückte sie mich mit Ratschlägen, die sich auf den völligen oder teilweisen Verlust der Beherrschung bezogen, bis sie, weil sie dachte, ich sei vielleicht schon genug gequält worden, herauskam und mich anflehte, ihre Taille zuzuknöpfen, wo sie sie an der Schulter nicht erreichen konnte. Alles lief schief, seit du vom Fenster zurückkamst und von dem schrecklich aussehenden Mann erzählt hast, den du auf dem Friedhof gesehen hast, verkündete sie. Ja, wahrscheinlich hat er das Bild verzaubert, sagte ich und gähnte. Ich schaute auf meine Uhr. Es ist schon nach sechs, ich weiß, sagte Tessy und rückte ihren Hut vor dem Spiegel zurecht. Ja, antwortete ich. Ich wollte dich nicht so lange aufhalten. Ich lehnte mich aus dem Fenster, wich aber angewieder zurück, denn der junge Mann mit dem blassen Gesicht stand unten auf dem Kirchhof. Tessy sah meine Geste der Missbilligung und lehnte sich aus dem Fenster. Ist das der Mann, den du nicht magst? flüsterte sie. Ich nickte. Ich kann sein Gesicht nicht sehen, aber er sieht dick und weich aus. Irgendwie fuhr sie fort und drehte sich zu mir um. Erinnert er mich an einen Traum, einen schrecklichen Traum, den ich einmal hatte? Oder... sinnierte sie und blickte auf ihre wohlgeformten Schuhe hinunter. War es doch ein Traum? Woher soll ich das wissen? Ich lächelte. Tessy lächelte daraufhin. Du warst dabei, sagte sie. Vielleicht weißt du etwas darüber. Tessy, Tessy! Ich protestierte. Wage es nicht, mir zu schmeicheln, indem du sagst, dass du von mir träumst. Aber ich habe es getan, beharrte sie. Soll ich dir davon erzählen? Nur zu, antwortete ich und zündete mir eine Zigarette an. Tessy lehnte sich auf der offenen Fensterbank zurück und begann sehr ernst. Eines Abends im letzten Winter lag ich im Bett und dachte über nichts Besonderes nach. Ich hatte für dich posiert und war müde, aber es schien mir unmöglich zu schlafen. Ich hörte, wie die Glocken in der Stadt 10, 11 und Mitternacht läuteten. Ich muss gegen Mitternacht eingeschlafen sein, denn ich kann mich nicht erinnern, die Glocken danach gehört zu haben. Kaum hatte ich die Augen geschlossen, als ich träumte, dass mich etwas zum Fenster trieb. Ich stand auf und lehnte mich hinaus, indem ich den Fensterflügel anhob. Die 25. Straße war menschenleer, soweit ich sehen konnte. Ich begann, mich zu fürchten. Alles draußen schien so schwarz und ungemütlich. Dann hörte ich das Geräusch von Rädern in der Ferne und es schien mir, als ob ich darauf warten müsste. Ganz langsam nährten sich die Räder und schließlich konnte ich ein Fahrzeug ausmachen, das sich auf der Straße bewegte. Es kam näher und näher und als es unter meinem Fenster vorbei fuhr, sah ich, dass es ein Leichenwagen war. Dann, als ich vor Angst zitterte, drehte sich der Fahrer um und sah mich direkt an. Als ich erwachte, stand ich am offenen Fenster und zitterte vor Kälte, aber der schwarz gefiederte Leichenwagen und der Fahrer waren verschwunden. Im vergangenen März träumte ich diesen Traum erneut und wieder erwachte ich am offenen Fenster. Letzte Nacht kam der Traum wieder. Du erinnerst dich, dass es regnete. Als ich am offenen Fenster aufwachte, war mein Nachthemd durchnässt. Aber wo bin ich in diesem Traum gelandet? Fragte ich. Du warst im Sarg, aber du warst nicht tot. Im Sarg? Ja. Woher wusstest du das? Konntest du mich sehen? Nein, ich wußte nur, dass du da bist. Hast du überbackene Käseschnitten oder Hummersalat gegessen? Ich begann zu lachen, aber das Mädchen unterbrach mich mit einem erschrockenen Aufschrei. Hallo, was gibt's? sagte ich, als sie sich in die Schießcharte am Fenster zurückzog. Der Mann unten auf dem Kirchhof, er fuhr den Leichenwagen. Unsinn, sagte ich, aber Tessys Augen waren vor Schreck geweitet. Ich ging zum Fenster und schaute hinaus. Der Mann war verschwunden. Komm, Tessy, drängte ich. Sei nicht dumm, du hast zu lange posiert, du bist nervös. Glaubst du, ich könnte dieses Gesicht vergessen? murmelte sie. Dreimal sah ich den Leichenwagen unter meinem Fenster vorbeifahren und jedes Mal drehte sich der Fahrer um und sah zu mir auf. Sein Gesicht war so weiß und weich. Es sah tot aus. Es sah aus, als wäre es schon lange tot gewesen. Ich brachte das Mädchen dazu, sich zu setzen und ein Glas Marsala zu trinken. Dann setzte ich mich neben sie und versuchte ihr einen Rat zu geben. Hör zu, Tessy, sagte ich. Du gehst für ein oder zwei Wochen aufs Land und wirst keine Träume mehr von Leichenwagen haben. Du posierst den ganzen Tag und wenn die Nacht kommt, sind deine Nerven am Ende. Du kannst das nicht durchhalten. Und dann, anstatt nach getaner Arbeit ins Bett zu gehen, rennst du zum Picknick ins Sultas Park oder gehst ins El Dorado oder nach Coney Island und wenn du am nächsten Morgen hierher kommst, bist du völlig erschöpft. Es gab keinen richtigen Leichenwagen. Das war ein Krabbentraum. Sie lächelte leise. Was ist mit dem Mann auf dem Kirchhof? Oh, er ist nur ein gewöhnlicher, ungesunder, alltäglicher Mensch. So war ich Tessie Reardon heiße. Ich schwöre dir, Mr. Scott, dass das Gesicht des Mannes unten auf dem Friedhof das Gesicht des Mannes ist, der den Leichenwagen fuhr. Na und? sagte ich. Es ist ein ehrliches Geschäft. Du glaubst also, dass ich den Leichenwagen gesehen habe? Oh, sagte ich diplomatisch. Wenn du es wirklich getan hast, ist es vielleicht nicht unwahrscheinlich, dass der Mann unter dir ihn gefahren hat. Da ist nichts dran. Tessie erhob sich, rollte ihr parfümiertes Taschentuch aus, nahm ein Stück Kaugummi aus einem Knoten im Saum und steckte es in ihren Mund. Dann zog sie ihre Handschuhe an, reichte mir die Hand mit einem offenen »Gute Nacht, Mr. Scott« und ging hinaus. 2 Am nächsten Morgen brachte mir Thomas der Page den Herald und eine Neuigkeit. Die Kirche nebenan war verkauft worden. Ich dankte dem Himmel dafür, nicht weil ich als Katholik eine Abneigung gegen die Gemeinde nebenan hatte, sondern weil meine Nerven durch einen unverhohlenen Prediger zerrüttet wurden, dessen jedes Wort durch den Gang der Kirche halte, als wären es meine eigenen Räume und der mit einer nasalen Beharrlichkeit auf seinen Erres bestand, die mir jeden Instinkt verleidete. Dann gab es noch einen Teufel in Menschengestalt, einen Organisten, der Hymnen mit einer eigenen Interpretation abspulte und ich sehnte mich nach dem Blut einer Kreatur, die die Doxologie mit einer Änderung der Moll-Akkorde spielen konnte, die man nur bei einem Quartett sehr junger Studenten hört. Ich glaube, der Pfarrer war ein guter Mann, aber als er brüllte Und der Herr sprach zu Mose, der Herr ist ein Mann des Krieges, der Herr ist sein Name, mein Zorn wird heiß werden und ich werde dich mit dem Schwert töten. Ich fragte mich, wie viele Jahrhunderte des Fegefeuers nötig wären, um eine solche Sünde zu sühnen. Wer hat das Grundstück gekauft? fragte ich Thomas. Niemand den ich kenne, Sir. Man sagt, der Herr, dem diese Hamilton Wohnungen gehören, hat sie sich angesehen. Er könnte noch mehr Ateliers haben. Ich ging zum Fenster. Der junge Mann mit dem ungesunden Gesicht stand an der Kirchhofspforte und bei seinem Anblick überkam mich derselbe überwältigende Widerwille. Übrigens Thomas, sagte ich, wer ist der Kerl da unten? Thomas schnupperte. Der Worm da, Sir? Er ist der Nachtwächter der Kirche, Sir. Er macht mich müde, die ganze Nacht auf den Stufen zu sitzen und sie so beleidigend anzusehen, dass ich ihm eine reinhauen würde, Sir. Verzeihung, Sir. Mach weiter, Thomas. Eines Abends, als ich mit Harry, dem anderen englischen Jungen, nach Hause kam, sah ich ihn auf der Treppe sitzen. Und er sah uns so beleidigend an, dass ich aufstand und sagte, Was guckst du so, du fette Schnecke? Verzeihung, Sir, aber so habe ich es gesagt, Sir. Dann sagte er nichts mehr und ich sagte, komm raus und ich schlage den Pudding zusammen. Dann hüpfte ich zum Tor und ging rein, aber er sagte nichts, sondern sah nur beleidigt aus. Dann hau ich ihm eine rein, aber Igitt, sein Essen war so kalt und matschig, dass es einem übel wurde, wenn man es anfasste. Was hat er dann getan? fragte ich neugierig. Der? Nix? Und du, Thomas? Der junge Mann errötete vor Verlegenheit und lächelte unbehaglich. Mr. Scott, Sir, ich bin kein Feigling und ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum ich weglaufe. Ich war Sir, Honnist in Tel El Kibir und ich wurde bei den Oasen angeschossen. Sie wollen doch nicht sagen, dass sie weggelaufen sind. Ja, Sir, das bin ich. Warum? Genau das möchte ich wissen, Sir. Ich habe mir Molly geschnappt und bin weggerannt und die anderen hatten genauso viel Angst wie ich. Aber wovor hatten sie Angst? Thomas weigerte sich, eine Zeit lang zu Aber jetzt war meine Neugier auf den abstoßenden jungen Mann unter mir geweckt und ich drängte ihn. Drei Jahre Aufenthalt in Amerika hatten nicht nur Thomas Cockney Dialekt verändert, sondern ihm auch die Angst des Amerikaners vor Lächerlichkeit gegeben. Sie werden mir nicht glauben, Mr. Scott, Sir. Ja, das werde ich. Werden Sie mich anklagen, Sir. Blödsinn! Er zögerte. Nun, Sir, es ist die Wahrheit, als ich ihn traf, packte er meine Handgelenke, Sir, und als ich seine weiche, matschige Faust drehte, löste sich einer seiner Finger in meinem Körper. Die Abscheu und das Entsetzen in Thomas Gesicht muss sich in meinem eigenen widergespiegelt haben, denn er fügte hinzu, es ist schrecklich und wenn ich ihn jetzt sehe, gehe ich einfach weg. Es macht mich wahnsinnig. Als Thomas gegangen war, ging ich zum Fenster. Der Mann stand neben dem Kirchengeländer, beide Hände auf dem Tor, aber ich zog mich eilig wieder zu meiner Staffelei zurück. Angewidert und entsetzt, denn ich sah, daß der Mittelfinger seiner rechten Hand fehlte. Um neun Uhr erschien Tessie und verschwand mit einem fröhlichen »Guten Morgen, Mr. Scott« hinter der Leinwand. Als sie wieder aufgetaucht war und ihre Pose auf dem Modellstände eingenommen hatte, begann ich mit einer neuen Leinwand sehr zu ihrer Freude. Sie schwieg, solange ich an der Zeichnung arbeitete, aber sobald das Kratzen der Kohle verstummte und ich mein Fixiermittel nahm, begann sie zu plaudern. Oh, ich habe mich gestern Abend so gut amüsiert. Wir waren bei Tony Pasteur. Wer sind wir? fragte ich. Oh, Maggie, du weißt schon, Mr. White's Modell und Pinky McCormick, wir nennen sie Pinky, weil sie dieses schöne rote Haar hat, das ihr Künstler so sehr mögt, und Lizzie Burke. Ich ließ einen Sprühregen aus dem Fixiermittel über die Leinwand laufen und sagte, nun, red weiter. Wir sahen Kelly und Baby Barnes, den Rocktänzer und den ganzen Rest. Ich habe jemandem den Kopf verdreht. Dann hast du mich also verlassen, Tessie? Sie lachte und schüttelte den Kopf. Es ist der Bruder von Lizzie Burke, Ed. Er ist ein perfekter Gentleman. Ich sah mich genötigt, ihr einige elterliche Ratschläge zum Verdrehen von Köpfen zu geben, die sie mit einem strahlenden Lächeln annahm. Oh, ich kann mit so etwas durchaus umgehen, sagte sie und betrachtete ihren Kaugummi. Aber mit Ed ist das etwas anders. Dann erzählte sie, wie Ed von der Strumpffabrik in Lowell, Massachusetts zurückgekommen war, um sie und Lizzie erwachsen vorzufinden und was für ein tüchtiger junger Mann er war und wie er nicht daran dachte, einen halben Dollar für Eis und Austern zu verprassen, um seinen Eintritt als Angestellter in der Wollabteilung von Macy's zu feiern. Bevor sie fertig war, begann ich lächelte und schnatterte wie ein Spatz. Gegen Mittag hatte ich die Studie ziemlich gut eingetrieben und Tessie kam, um sie sich anzusehen. Das ist besser, sagte sie. Das dachte ich auch und aß mein Mittagessen mit dem zufriedenen Gefühl, dass alles gut lief. Tessie breitete ihr Mittagessen auf dem Zeichentisch mir gegenüber aus und wir tranken unseren Claret aus derselben Flasche und zündeten unsere Zigaretten mit demselben Streichholz an. Ich war Tessie sehr zugetan. Ich hatte miterlebt, wie sie sich von einem zerbrechlichen unbeholfenen Kind zu einer schlanken aber exquisit geformten Frau entwickelt hatte. Sie hatte in den letzten drei Jahren für mich Modell gestanden und von allen meinen Modellen war sie mein Liebling. Es hätte mich sehr beunruhigt, wenn sie zäh oder gerissen geworden wäre, wie man so schön sagt, aber ich habe nie eine Verschlechterung ihres Benehmens bemerkt und hatte das Gefühl, dass sie im Grunde genommen in Ordnung war. Sie und ich haben nie über Moral gesprochen und ich hatte auch nicht die Absicht dies zu tun, zum einen, weil ich selbst keiner hatte und zum anderen, weil ich wusste, dass sie trotz mir tun würde, was sie wollte. Dennoch hoffte ich, dass sie sich von Komplikationen fernhalten würde, denn ich wünschte ihr alles Gute und dann hatte ich auch noch den egoistischen Wunsch, das beste Modell zu behalten, das ich hatte. Ich wusste, dass Smashing, wie sie es nannte, bei Mädchen wie Tessy keine Bedeutung hatte und dass solche Dinge in Amerika nicht im geringsten mit denen in Paris vergleichbar waren. Doch da ich mit offenen Augen lebte, wusste ich auch, dass mir jemand Tessy eines Tages auf die eine oder andere Weise wegnehmen würde und obwohl ich mir einredete, dass die Ehe Unsinn sei, hoffte ich aufrichtig, dass in diesem Fall ein Priester am Ende des Weges stehen würde. Ich bin katholisch. Wenn ich dem Hochamt zuhöre, wenn ich mich alles auch ich fröhlicher ist und wenn ich beichte, tut es mir gut. Ein Mann, der so viel allein lebt wie ich, muss jemandem beichten. Außerdem war Sylvia katholisch und das war Grund genug für mich. Aber ich habe von Tessy gesprochen, was etwas ganz anderes ist. Tessy war auch katholisch und viel gläubiger als ich und so hatte ich alles in allem wenig Angst um ein hübsches Modell, bis sie sich verlieben sollte. Aber dann wusste ich, dass allein das Schicksal über ihre Zukunft entscheiden würde und ich betete innerlich, dass das Schicksal sie von Männern wie mir fernhalten und ihr nichts als Ed Burks und Jimmy McCormicks in den Weg legen würde. Gott segne ihr süßes Gesicht. Tessie saß da, blies Rauchringe an die Decke und klimperte mit dem Eis in ihrem Becher. Weißt du, dass ich letzte Nacht auch einen Traum hatte? bemerkte ich. Nicht über diesen Mann, lachte sie. Ganz genau, ein ähnlicher Traum wie deiner, nur viel schlimmer. Es war dumm und unbedacht von mir, das zu sagen, aber sie wissen ja, wie wenig Takt gefühl der durchschnittliche Mahler hat. Ich muß gegen zehn Uhr eingeschlafen sein, fuhr ich fort, und nach einer Weile träumte ich, daß ich aufwachte. Ich hörte so deutlich die Mitternachts Glocken, den Wind in den Zweigen und das Pfeifen der Dampfer in der Bucht, daß ich selbst jetzt kaum glauben kann, daß ich nicht wach war. Es schien mir, als läge ich in einem Kasten, der einen Glasdeckel hatte. Schemenhaft sah ich die Straßenlaternen, als ich vorbeiging, denn ich muß dir sagen, Tessie, der Kasten, in dem ich lag, schien in einem gepolsterten Wagen zu liegen, der mich über ein steiniges Pflaster rüttelte. Nach einer Weile wurde ich ungeduldig und versuchte mich zu bewegen, aber die Kiste war zu eng. Meine Hände waren auf der Brust verschränkt, so daß ich sie nicht heben konnte, um mir zu helfen. Ich lauschte und versuchte dann zu rufen. Meine Stimme war weg. Ich hörte das Getrampel der Pferde auf dem Wagen und sogar das Atmen des Kutschers. Dann drang ein anderes Geräusch an meine Ohren, als würde ein Fensterflügel hochgezogen. Es gelang mir meinen Kopf ein wenig zu drehen und ich konnte nicht nur durch die Glasabdeckung meiner Box, sondern auch durch die Glasscheiben an der Seite des überdachten Fahrzeugs sehen. Ich sah leere und stille Häuser, in denen es weder Licht noch Leben gab, mit Ausnahme eines einzigen. In diesem Haus stand im ersten Stock ein Fenster offen und eine ganz in weiß gekleidete Gestalt blickte auf die Straße hinunter. Das warst du. Tessie hatte ihr Gesicht von mir abgewandt und stürzte sich mit dem Ellbogen auf den Tisch. Ich konnte dein Gesicht sehen, fuhr ich fort, und es schien mir sehr traurig zu sein. Dann gingen wir weiter und bogen eine schmale schwarze Gasse ein. Kurz darauf hielten die Pferde an. Wartete, schloß die Augen vor Angst und Ungeduld, aber alles war still wie im Grab. Nach einer gefühlten Ewigkeit begann ich mich unwohl zu fühlen. Ein Gefühl, daß jemand in meiner Nähe war, ließ mich die Augen öffnen. Dann sah ich das weiße Gesicht des Leichenwagen Fahrers, der mich durch den Sorgdeckel ansah. Ein Schluchzen von Tessie unterbrach mich. Sie zitterte wie Espenlaub. Ich sah, daß ich mich zum Narren gemacht hatte und versuchte den Schaden zu beheben. Tess, sagte ich, ich habe dir das nur erzählt, um dir zu zeigen, welchen Einfluss deine Geschichte auf die Träume anderer Menschen haben kann. Du glaubst doch nicht, daß ich wirklich in einem Sarg liege, oder? Warum zitterst du so? Siehst du nicht, daß dein Traum und meine unvernünftige Abneigung gegen den harmlosen Wächter der Kirche einfach mein Gehirn in Gang gesetzt haben, sobald ich eingeschlafen war. Sie legte ihren Kopf zwischen ihre Arme und schluchzte, als würde ihr das Herz brechen. Was für einen kostbaren dreifachen Esel hatte ich aus mir gemacht? Aber ich war im Begriff, meinen Rekord zu brechen. Ich Tessie, meine Liebe, verzeih mir, sagte ich. Ich hätte dich nicht mit solchem Unsinn erschrecken dürfen. Du bist ein zu vernünftiges Mädchen, eine zu gute Katholikin, um an Träume zu glauben. Ihre Hand wurde fester und ihr Kopf fiel auf meine Schulter, aber sie zitterte immer noch und ich streichelte sie und tröstete sie. Komm, Tess, mach die Augen auf und lächle. Ihre Augen öffneten sich mit einer langsamen trägen Bewegung und trafen die meinen, aber ihr Ausdruck war so seltsam, daß ich mich beeilte, sie wieder zu beruhigen. Das ist doch alles Humbug, Tessie. Du hast doch sicher keine Angst, daß dir deswegen etwas zustößt. Nein, sagte sie, aber ihre scharlachroten Lippen bebten. Was ist dann los? Hast du Angst? Ja, aber nicht für mich. Für mich also, forderte ich vergnügt. Für dich, murmelte sie mit fast unhörbarer Stimme. Du bist mir wichtig. Zuerst fing ich an zu lachen, aber als ich sie verstand, durchfuhr mich ein Schock und ich saß wie versteinert da. Dies war die Krönung meiner Idiotie. In dem Moment, der zwischen ihrer Antwort und meiner Antwort verstrich, dachte ich an tausend Antworten auf dieses unschuldige Geständnis. Ich konnte es mit einem Lachen übergehen, ich könnte sie missverstehen und ihr versichern, dass es mir gut geht. Ich könnte einfach darauf hinweisen, dass es unmöglich ist, dass sie mich liebt. Aber meine Antwort war schneller als meine Gedanken und ich könnte jetzt denken und denken, wenn es zu spät war, denn ich hatte sie auf den Mund geküsst. An diesem Abend machte ich meinen üblichen Spaziergang im Washington Park und dachte über die Ereignisse des Tages nach. Ich war fest entschlossen. Jetzt gab es kein Zurück mehr und ich blickte der Zukunft ins Gesicht. Ich war nicht gut, nicht einmal skrupellos, aber ich hatte nicht die Absicht, mich oder Tessie zu täuschen. Die einzige Leidenschaft meines Lebens lag in den sonnenbeschienenen Wäldern der Bretagne begraben. War sie für immer begraben? Die Hoffnung schrie Nein! Drei Jahre lang hatte ich auf die Stimme der Hoffnung gehört und drei Jahre lang hatte ich auf einen Schritt auf meiner Schwelle gewartet. Hatte Sylvia es vergessen? Nein! rief die Hoffnung. Ich sagte, dass ich nicht gut war. Das stimmt, aber dennoch war ich nicht gerade ein komischer Opernbösewicht. Ich hatte ein leichtfertiges, leichtsinniges Leben geführt, nahm, was mich zum Vergnügen einlud, bedauerte die folgen und bedauerte sie manchmal bitterlich. Nur in einer Sache, abgesehen von meiner Malerei, war ich ernsthaft und das war etwas, das in den bretonischen Wäldern verborgen, wenn nicht verloren lag. Jetzt war es zu spät, um zu bedauern, was im Laufe des Tages geschehen war. Was auch immer es gewesen war, Mitleid, eine plötzliche Zärtlichkeit für den Kummer oder der brutale Instinkt der befriedigten Eitelkeit, es war jetzt alles dasselbe, und wenn ich nicht ein unschuldiges Herz verletzen wollte, war mein Weg vorgezeichnet. Das Feuer und die Kraft der Tiefe der Leidenschaft einer Liebe, die ich mit all meiner eingebildeten Erfahrungen in der Welt nicht einmal geahnt hatte, ließen mir keine andere Wahl, als zu schicken. Ich weiß nicht, ob es daran lag, daß ich so feige bin, anderen Schmerz zuzufügen, oder daran, daß ich wenig von dem düsteren Puritaner in mir habe, aber ich scheute mich, die Verantwortung für diesen gedankenlosen Kuss abzulehnen, und hatte in der Tat keine Zeit dazu, bevor sich die Pforten ihres Herzens öffneten und die Flut sich ergoss. Andere, die gewohnheitsmäßig ihre Pflicht tun und eine mürrische Befriedigung darin finden, sich selbst und alle anderen unglücklich zu machen, hätten es vielleicht ertragen können. Ich tat es nicht. Ich wagte es nicht. Nachdem sich der Sturm gelegt hatte, sagte ich ihr zwar, daß sie besser Ed Burke geliebt und einen schlichten Goldring getragen hätte, aber sie wollte nichts davon hören und ich dachte, wenn sie sich schon entschlossen hatte, jemanden zu lieben, den sie nicht heiraten konnte, dann sollte es vielleicht ich sein. Ich konnte sie wenigstens mit einer intelligenten Zuneigung behandeln und wenn sie ihrer Verliebtheit überdrüssig wurde, konnte sie es sich gut gehen lassen. Ich war in diesem Punkt fest entschlossen, obwohl ich wußte, wie schwer es sein würde, denn ich erinnerte mich an das übliche Ende platonischer Verbindungen und dachte daran, wie angewidert ich gewesen war, wenn ich von einer solchen gehört hatte. Ich wußte, dass ich für einen so skrupellosen Mann wie mich viel auf mich nahm und ich fürchtete mich vor der Zukunft, aber ich zweifelte nicht einen Augenblick daran, dass sie bei mir sicher war. Wäre es jemand anderes als Tessie gewesen, hätte ich mir nicht den Kopf über Skrupel zerbrechen müssen, denn es kam mir nicht in den Sinn Tessie zu opfern, wie ich eine Frau von Welt geopfert hätte. Ich sah der Zukunft direkt ins Gesicht und sah die verschiedenen wahrscheinlichen Ausgänge der Affäre. Entweder würde sie der ganzen Sache überdrüssig werden oder sie würde so unglücklich werden, dass ich sie entweder heiraten oder weggehen müßte. Wenn ich Frau die nicht zu mir passt und sie mit einem Mann der zu keiner Frau passt, denn mein bisheriges Leben würde mich kaum zur Heirat berechtigen. Wenn ich fort ginge, könnte sie entweder krank werden, sich erholen und einen Eddie Burke heiraten oder sie könnte leichtsinnig oder absichtlich etwas Dummes tun. Andererseits wenn sie meiner überdrüssig Würde läge ihr mit schönen Aussichten auf Eddie Burks und Ehringe und Zwillinge und Harlem Flats und weiß der Himmel was. Als ich zwischen den Bäumen am Washington Ark entlang schlenderte, beschloss ich, dass sie in mir sowieso einen guten Freund finden sollte und die Zukunft sich von selbst regeln würde. Dann ging ich ins Haus und zog mein Abend Kleid an, denn auf dem kleinen schwach parfümierten Zettel auf meiner Kommode stand, halten sie um elf ein Taxi am Bühneneingang bereit und der Zettel war unterzeichnet mit Edith Carmichael Metropolitan Theater. Ich aß an diesem Abend oder besser gesagt wir aßen zu Abend Miss Carmichael und ich im Solaris und die Morgendämmerung begann gerade das Kreuz der Memorial Church zu vergolden als ich den Washington Square betrat nachdem ich Edith im Bronze Wick verlassen hatte. Es war keine Menschenseele im Park als ich zwischen den Bäumen hindurch ging und den Weg einschlug der von der Gary Baldy Statue zum Hamilton Apartment Haus führt aber als ich am Kirchhof vorbeikam sah ich eine Gestalt auf den Steinstufen sitzen unwillkürlich überlief mich beim Anblick des weißen geschwollenen Gesichts ein Schauer und ich beeilte mich weiterzugehen dann sagte er etwas das an mich gerichtet Wesen oder er murmelte nur vor sich hin aber in mir flammte plötzlich ein wütender Zorn auf dass ein solches Wesen mich ansprach einen Moment lang wollte ich mich umdrehen und ihm meinen Stock über den Kopf ziehen aber ich ging weiter und betrat das Hamilton und ging in meine Wohnung eine Zeit lang wälzte ich mich auf dem Bett herum und versuchte den Klang seiner Stimme aus gelang mir nicht sie erfüllte meinen Kopf dieses murmelnde Geräusch wie dicker öliger Rauch aus einem Fass zum Fett putzen oder ein Geruch von üblem Verfall und während ich da lag und mich hin und her wälzte schien die Stimme in meinen Ohren deutlicher zu werden und ich begann die Worte zu verstehen die er gemurmelt hatte sie kamen mir langsam wieder in den Sinn als hätte ich sie vergessen und endlich konnte ich mir einen Reim auf die Laute machen es war folgender hast du das gelbe zeichen gefunden hast du das gelbe zeichen gefunden hast du das gelbe zeichen gefunden ich 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 wütend was hatte er damit gemeint mit einem fluch auf ihn und die seinen drehte ich mich um und schlief ein aber als ich später erwachte sah ich blass und abgemagert aus denn ich hatte den Traum der vergangenen nacht geträumt und er beunruhigte mich mehr als mir lieb war ich zog mich an und ging hinunter in mein atelier tessie saß am fenster aber als ich hereinkam erhob sie sich und legte beide arme um meinen hals für einen unschuldigen kuss sie sah so süß und zierlich aus dass ich sie erneut küßte und mich dann vor die staffelei setzte hallo wo ist die studie die ich gestern begonnen habe fragte ich tessie schaute bewusst antwortete aber nicht ich begann zwischen den stapeln von leinwänden zu suchen und sagte beeil dich tess und mach dich fertig wir müssen das morgenlicht ausnutzen als ich schließlich die suche zwischen den anderen leinwänden aufgab und mich im zimmer nach der fehlenden skizze umsah bemerkte ich tessie die noch immer angezogen neben der leinwand stand was ist fühlst du dich nicht gut doch dann beeil dich willst du dass ich so posiere wie ich immer posiert habe dann verstand ich hier gab es eine neue komplikation ich hatte natürlich das beste akt modell verloren das ich je gesehen hatte ich sah tessie an ihr gesicht war scharlach rot ach wer wir hatten vom baum der erkenntnis gegessen und eden und ihre ursprüngliche unschuld waren ein traum der vergangenheit ich meine für sie ich nehme an daß sie die enttäuschung auf meinem gesicht bemerkte denn sie sagte ich werde posieren wenn du es wünschst die skizze ist hier hinter dem paravent wo ich es hingestellt habe nein sagte ich wir werden etwas neues anfangen und ich ging in meinen kleiderschrank und suchte ein maurisches kostüm heraus das geradezu vor flitter glänzte es war ein echtes kostüm und tessie zog sich damit verzaubert hinter die leinwand zurück als sie wieder heraus kam war ich erstaunt ihr langes schwarzes haar war oberhalb des stirn mit einem türkis reif zusammen gebunden und die enden kringelten sich um ihren glitzernden gürtel ihre füße steckten in den bestickten spitzen pantoffeln und der rock ihres kostüms der mit silbernen arabesken verziert war reichte bis zu den knöcheln die tief tiefblaue mit silber bestickte weste und die kurze mit türkisen besprenkelte und bestickte mauresken jacke passten wunderbar zu ihr sie kam auf mich zu und hielt mir lächelnd ihr gesicht entgegen ich ließ meine hand in die tasche gleiten und zog eine goldene kette heraus die ich ihr über den kopf warf sie ist deine zögerte sie deine jetzt geh und stell dich hin dann rannte sie mit einem strahlenden lächeln hinter die leinwand und kam kurz darauf mit einer kleinen schachtel wieder auf der mein name stand ich hatte vor es dir zu geben wenn ich heute abend nach hause komme sagte sie aber jetzt kann ich nicht mehr warten ich öffnete das Kästchen auf dem rosafarbenen baumwollstoff lag eine schließe aus schwarzem onyx in die ein seltsames symbol oder ein buchstabe aus gold eingelegt war es war weder arabisch noch chinesisch noch gehörte es wie ich später heraus fand zu irgendeiner menschlichen schrift das ist alles was ich dir als andenken geben konnte sagte sie zaghaft ich war verärgert aber ich sagte ihr wie sehr ich es schätzen würde und versprach es immer zu tragen sie befestigte es an meinem mantel unter dem revers wie töricht es mir so etwas schönes zu kaufen sagte ich 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 habe es nicht gekauft lachte sie woher hast du es dann erzählte sie mir wie sie es eines tages gefunden hatte als sie aus dem aquarium in der battery kam wie sie es inseriert und die zeitungen beobachtet hatte aber schließlich alle hoffnungen aufgegeben hatte den besitzer zu finden das war im letzten winter sagte sie an dem tag an dem ich den ersten schrecklichen traum über den leichen wagen hatte ich erinnerte mich an meinen traum der letzten nacht sagte aber nichts und schon flog meine kohle über eine neue leinwand und tessie stand regungslos auf dem modellständer 3 der folgende tag war für mich ein katastrophaler tag als sich eine gerahmte leinwand von einer staffelei auf eine andere bewegte rutschte ich mit dem fuß auf dem polierten boden aus und fiel schwer auf beide handgelenke sie waren so stark verstaucht daß es sinnlos war einen pinsel zu halten und ich war gezwungen im atelier umher zu wandern und auf unfertige zeichnungen und skizzen zu starren bis mich die verzweiflung packte und ich mich zum rauchen hinsetzte und vor wut die daumen drehte der regen blies gegen die fenster und prasselte auf das kirchendach was mich mit seinem unaufhörlichen prasseln in einen nerven zusammenbruch trieb tessie saß am fenster und nähte und ab und zu hob sie den kopf und sah mich mit einem so unschuldigen mitgefühl an daß ich mich für meinen ärger zu schämen begann und mich nach etwas umschaute das mich beschäftigte ich hatte alle zeitungen und alle bücher in der bibliothek gelesen aber um etwas zu tun zu haben ging ich zu den bücher regalen und stieß sie mit meinem ellenbogen auf ich erkannte jeden band an seiner farbe und betrachtete sie alle ging langsam durch die bibliothek und pfiff um mich bei laune zu halten ich drehte mich um um ins ess zimmer zu gehen als mein blick auf ein in schlangenhaut gebundenes buch fiel das in einer ecke des obersten regals des letzten bücherschranks stand ich erinnerte mich nicht daran und konnte vom boden aus die blasse schrift auf der rückseite nicht entziffern also ging ich ins raucherzimmer und rief tessie sie kam aus dem atelier und kletterte hoch um das buch zu erreichen was ist es fragte ich der könig in gelb ich war verblüfft wer hatte es dort platziert wie kam es in meine zimmer ich hatte schon vor langer zeit beschlossen dieses buch niemals aufzuschlagen und nichts auf der welt hätte mich dazu bringen können es zu kaufen aus angst die neugier könnte mich dazu verleiten es zu öffnen hatte ich es in den buch handlungen nicht einmal angeschaut wenn ich jemals neugierig gewesen wäre es zu lesen hätte mich die schreckliche tragödie des jungen kastein den ich kannte davon abgehalten seine verruchten seiten zu erforschen ich hatte mich immer geweigert mir irgendeine beschreibung des buches anzuhören und in der tat wagte es niemand den zweiten teil laut zu besprechen so dass ich absolut keine ahnung hatte was diese blätter verraten könnten ich starrte auf den giftig gesprengelten einwand wie auf eine schlange nicht anfassen tessie sagte ich komm runter meine ermahnung reichte aus um ihre neugierde zu wecken und bevor ich es verhindern konnte nahm sie das buch und tanzte lachend damit ins atelier hinaus ich rief ihr nach aber sie schlüpfte mit einem gequälten lächeln über meine hilflosen hände davon und ich folgte ihr mit einiger ungeduld tessie rief ich als ich die bibliothek betrat hör zu ich meine es ernst leg das buch weg ich will nicht dass du es öffnest die bibliothek war leer ich ging in beide salons dann in die schlafzimmer die waschküche die küche und kehrte schließlich in die bibliothek zurück und begann eine systematische suche sie hatte sich so gut versteckt dass ich sie erst eine halbe stunde später entdeckte wie sie weiß und stumm am vergitterten fenster im oberen lagerraum kauerte auf den ersten blick sah ich dass sie für ihre dummheit bestraft worden war der könig in gelb lag zu ihren füßen aber das buch war im zweiten teil aufgeschlagen ich schaute tessie an und sah dass es zu spät war sie hatte der könig in gelb aufgeschlagen dann nahm ich sie an der hand und führte sie ins studio sie schien benommen zu sein und als ich ihr sagte sie solle sich auf das sofa legen gehorchte sie mir wortlos nach einer weile schloß sie die augen und ihr atem wurde regelmäßig und tief aber ich konnte nicht feststellen ob sie schlief oder nicht lange saß ich schweigend neben ihr aber sie rührte sich nicht und sprach auch nicht und schließlich erhob ich mich und ging in die unbenutzte abstellkammer um das Buch in meine am wenigsten verletzte hand zu nehmen es schien schwer wie blei zu sein aber ich trug es wieder ins atelier setzte mich auf den teppich neben dem sofa schlug es auf und las es von vorne bis hinten durch als ich ohnmächtig vor dem übermaß meiner gefühle das Buch fallen ließ und mich müde gegen das sofa lehnte öffnete Tessi die Augen und sah mich an wir sprachen schon einige zeit in einem dumpfen eintönigen ton bevor ich merkte daß wir über der könig in gelb sprachen oh was für eine sünde solche worte zu schreiben worte die klar sind wie kristall klar und musikalisch wie sprudelnde quellen worte die funkeln und glänzen wie die vergifteten diamanten der medicis oh du schlechtigkeit die hoffnungslose verdammnis einer seele die mit solchen worten die von unwissenden und weisen gleichermaßen verstanden werden worte die kostbarer sind als juwelen beruhigender als musik schrecklicher als der tod die menschlichen geschöpfe faszinieren und lähmen konnte wir unterhielten uns weiter ohne auf die sich nähernden schatten zu achten und sie bat mich die spange aus schwarzem onyx wegzuwerfen in die das gelbe zeichen eingelegt war von dem wir nun wußten daß es das gelbe zeichen war ich werde nie erfahren warum ich mich weigerte obwohl ich selbst jetzt wo ich dieses geständnis schreibe hier in meinem schlafzimmer gerne wüßte was mich daran hinderte das gelbe zeichen von meiner brust zu reißen und ins feuer zu werfen ich bin mir sicher daß ich es tun wollte doch flehte tessie vergeblich um mich die nacht brach herein und die stunden zogen sich hin aber noch immer murmelten wir einander vom könig und der bleichen maske zu und mitternacht erklang von den nebel verhangenen türmen der stadt wir sprachen von hastur und von kassilda während draußen der nebel gegen die leeren fensterscheiben rollte wie die wolkenwellen an den ufern von harley rollen und brechen im haus war es jetzt ganz still und kein laut drang von den nebeligen straßen herauf tessie lag zwischen den kissen ihr gesicht ein grauer fleck in der düsternis aber ihre hände lagen in meinen und ich wußte daß sie meine gedanken kannte und las so wie ich ihre las denn wir hatten das geheimnis der hyaden verstanden und das phantom der wahrheit war gelegt als wir einander antworteten schnell leise gedanke auf gedanke bewegten sich die schatten in der düsternis um uns herum und weit in den fernen straßen hörten wir ein geräusch es kam näher und näher das dumpfe knirschen von rädern näher und näher und jetzt draußen vor der tür hörte es auf und ich schleppte mich zum fenster und sah einen schwarz gefederten leichenwagen das tor unten öffnete und schloß sich und ich kroch zitternd zu meiner tür und verriegelte sie aber ich wußte daß keine riegel keine schlösser diese kreatur die das gelbe zeichen holen wollte fernhalten konnten und nun hörte ich wie er sich ganz leise den flur entlang bewegte jetzt war er an der tür und die riegel verfaulten bei seiner berührung jetzt war er eingetreten mit aufgerissenen augen spähte ich in die dunkelheit aber als er ins zimmer kam sah ich ihn nicht erst als ich spürte wie er mich mit seinem kalten weichen griff schloss schloss schrie schloss daß der könig in gelb seinen zerfetzten mantel geöffnet hatte und es jetzt nur noch gott gab zu dem ich schreien konnte ich könnte noch mehr erzählen aber ich sehe nicht was 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 mich betrifft so gibt es für mich keine menschliche hilfe oder hoffnung mehr während ich hier liege und schreibe und mich nicht einmal darum kümmere ob ich sterbe bevor ich fertig bin sehe ich wie der arzt seine püverchen und fläschchen zusammensucht und dem guten priester neben mir eine vage geste macht die ich verstehe sie werden sehr neugierig sein die tragödie zu erfahren sie von der außenwelt die bücher schreiben und millionen von zeitungen drucken aber ich werde nichts mehr schreiben und der beicht vater wird meine letzten worte mit dem siegel der heiligkeit besiegeln wenn sein heiliges amt erfüllt ist sie von der außenwelt mögen ihre kreaturen in zerstörte häuser und totgeweihte brandherde schicken und ihre zeitungen werden sich mit blut und tränen vollstopfen aber bei mir müssen ihre spione vor dem beichtstuhl halt machen sie wissen dass tessie tot ist und dass ich im sterben liege sie wissen wie die leute im haus von einem infernalischen schrei geweckt in mein zimmer stürmten und einen lebenden und zwei tote vorfanden aber sie wissen nicht was ich ihnen jetzt sagen werde sie wissen nicht daß der arzt sagte als er auf einen schrecklichen verwesten haufen auf dem boden zeigte die leichenblasse leiche des wachmanns aus der kirche ich habe keine theorie keine erklärung dieser mann muss schon seit monaten tot sein ich glaube ich sterbe ich wünschte der priester würde die Untertitelung des ZDF, 2020